Hallo, ich bin die Luisa. Ich bin Lehrling im Online-Marketing. Meine Bereiche sind Social Media und Corporate Communication. Und ja, meine Aufgaben sind halt das Betreuen von den Social Media Kanälen und eben bei Corporate Communication, Landingpages, Flyer und solche Sachen. Mir gefällt besonders gut an meiner Lehre, dass es einfach so vielfältig ist. Also ich mache jeden Tag irgendwie was anderes, obwohl es immer die gleichen Bereiche sind, aber es ist jeden Tag was anderes und das ist einfach richtig cool. Meine Ausbildnerin unterstützt mich insofern, dass sie, sie lässt mich sehr frei arbeiten und wenn, also ich zeige ihr dann, was ich gemacht habe, die Texte, die ich schreibe, die Bilder, die ich gemacht habe und sie unterstützt mich eben so, dass sie mir sagt, was vielleicht noch ein bisschen besser gemacht gehört oder was super passt und so kommt man dann gemeinsam auf ein super Ziel. Ich bin besonders stolz darauf, dass ich meinen Freunden, meiner Familie und allen erzählen kann, was ich mache und dass das, was ich mache, mir so viel Spaß bereitet.